Servus, Willkommen zu einer reingemüteten Runde Zivhoris, da mein Kanal ist auf, als geht's gut. Ich baue hier gerade einen Einflüten von den Prümen, da bin ich beobachtet. Da bin ich nackter, aber wir haben gedüst. Warum mir einen Einflüten brauchen, äh, Lugat? Da ist er Alte und ich siege nicht mehr raus. Ich brauche hier, dass ich nicht mehr rauskomme, was ich nicht mehr rauskomme. Ich brauche hier, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich brauche hier, wenn ich nicht mehr rauskomme, was ich nicht mehr rauskomme. Ich brauche hier, es geht um, wenn ich nicht mehr rauskomme. Und dann, ähm, wo ich alt bin, muss gut machen auf die Yacht, auf den Kula, also Kula ist der Kula. Die wissen, was mein, wir schlagen jetzt immer drüben und deshalb kommen das nicht mehr so oft hierher. Schlagen, damit ich jetzt nutzen kann. Weiß einer eigentlich, wie man Fälle und Buchen baut, dass die mir irgendwie entfallen. Kula ist der Kula ist der Kula. Schauen wir mal der Reef. Das ist mir ein Lerfumgumann. Gerne Epsi. He, ich will mir hier mal auf die Uhr. So, dann gehen wir mal kurz her und füllen unseren Bedarf auf. So, dann gehen wir mal kurz her und füllen unseren Bedarf auf. So, dann gehen wir mal kurz her und füllen. So, dann gehen wir mal kurz her und füllen. So, dann gehen wir mal kurz her und füllen. So, dann gehen wir mal kurz her. So, dann gehen wir mal kurz her und füllen. Eimer! Eimer ist Witz! Ich weiß, was ich zu tun? Ich weiß, was ich zu tun? Wow! So... Die Eimer wird sagen, ich soll das wieder einmal setzen. Bedeutel ist in der Brühe. Und dann würde ich gerne mit euch, sobald wir Sachen anzeichnen. Und dann glaube ich, alles auf einmal anzeichnen, aber das mag ich nicht so, dass wir in Blunden machen, weil sie für ein Bauregings sind. Bei den neuen Filmen. So. So. Es hat ja vorhin gerechnet, dass er bei der Vorreden bereits nicht so gut gefühlt hat. Da brauchen wir uns Gegensuchen zu machen. So. So, gut. Ich habe erneut gemeint, dass ich so klein gebaut habe. Das stimmt. Aber hier kann man ja nichts mehr anfangen. Also, du magst mir noch einmal hier anbauen. So, ich traf die Höhe. Ich lasse mir hier noch eine Sache. So. 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 Wir haben hier eine andere Welt, die drei Gaben haben nicht gebaut. Ja, da würde ich jetzt mal ein bisschen gucken. Und dann sehen, wie die Kuchen und Schiefstätte das erste Mal überdrehen. Ich gehe ein kleines Heier machen, essen was. Und dann rutschen wir mal hin und gehen mit meinem Tag rein. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. So. Einmal Abendbrot essen und einmal einen Fluch, Acqua, so. Und einmal früh zu werten. So. Jetzt überprüfen wir mal meine Baugrenst, die dann angekündigt ist, bevor es Ihnen nochmal die Flüte gewessen bleibt. Ich weiß nicht. Ich glaube, mir reichen das nochmal an. Das geht gar nicht. Jetzt machen wir mal ein Mail. Ich kriege da gleich jemanden etwas schlafen. Schlafen. So. 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 Das war's für heute. Das ist ein bisschen. Das zittern wir da. Steine. Und dann. Das ist ein bisschen weg. Die sind immer wieder. Das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. So. Das ist ein bisschen weg. 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 Einmal ist die Mutigen heute noch. Das ist ein bisschen weg. 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 Ich hätte fast..., 그저. Ich hätte fast nicht sehen. Ich hätte fast gemerkt. Meine Idee war auch jetzt, dass wir hier irgendwann mal einen Baum mit dem Haus drauf kommen, dass wir dann, wenn es mal dunkel wird, oder uns, ob jetzt in dem Bild drin ist, dass wir hier ein Haus hier oben haben, oder hier drüben gehandelnden Vorkarten, bis noch vor einem Baum. Ja. Die beiden Bäume sind sehr praktisch, das sind dann die ersten, ja sagen wir so, neuen Stammel, die vor Ort liegen bleiben, die wir dann easy verbauen können, weil es müsste bei der Künstler über die Zahn. Das ist wie wir mit der Prüfung von unten, von der Rückseite können wir machen. Das ist wie wir mit der Prüfung von der Prüfung von der Prüfung von der Prüfung. Sind erstens mal kleine Prüfung von der Prüfung? Den zogen Tongvi die schon gut so ist. wenn man den Atem fertig machen kann und den Fels aufstehen kann, dass wir dann gemütlich hier unsere Baukunst wohnen können. ... Das war's für mich, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Okay, in der Fall, ich würde es abbauen, weil ich da nicht, dass wir nur abbauen. Also, ich habe lieber das. So. Ja, das ist mein Friedhof, ich gebe es zu Patrick. So, ich würde sagen, wir rutschen kurz in eine neue Folge rein. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr habt alles gefallen. Bleibt gut und pass auf uns auf, bis dann in der neuen Folge bevor ist. So.